Hey Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute mit der lieben Jessica. Und wir werden uns heute selber nicht in der Kamera sehen, deswegen das ist irgendwie so komisch. Weil wir heute What's in the Box spielen. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ich bekomme. Let's go! Wusch! Ich glaube, ich kann es ja als Untertitel da hinschreiben. Was darüber das ist, ich hab Angst! Du musst mehr rein! Ja, warte doch! Ist das in der Mitte? 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 Ja. Ich bin so gut! Da ist was Kaltes. Vielleicht? Ich fühl in der Kälte. Es ist ein Eis da drum. Vielleicht? Ich sag nichts! Boah! Oh, das ist wie anders! Ah! Was? Wie caracter ist? Wahrscheinlich. Das sind die Kälte. Du musst mal richtig reinfühlen. Ja, du musst auch mal auf der anderen Seite so ein bisschen. Eis! Joghurt! Nein! Ei! Da ist nichts, oder? Da ist nur... Geh mal jetzt mehr nach hier in die Richtung. Graf jetzt rein. Zirkel. Ja. Kannst... Kleines Beißen, bitte warm dich. Mach! Warm dich! Mach! Nicht gucken! Mach jetzt! Ich bin umgefallen. Ich bin umgefallen. Seife? Nein. Gasierschau? Hm... Nein. Bilu? Ja. Ist das so... Von unten wo? Ist das... Ist das einfach so da? Ja. Ohne Teller. Ohne Schlüssel. Dein Schlüssel? Nein. Anhänger. Anhänger. Ja, was denn Anhänger? Ja, Eiffelturm. Ja. Wow. Du kannst. Ist das schon was? Oder ist das weiter weg? Es ist näher ran. Und? Zucker? Nein. Badesalz? Nein. Ah, ist das so zu baren, genau? Ja, I know. Aber nein, ist es nicht. Salz? Kannst nicht strahlen. Nein! Bar! Das ist Sand! Woher hast du es? Tja. Ich hab's nicht gefunden. Stift. Was für ein Stift? Was ist so ein Stift? Das ist so irgendein Stift, ne? Kein Spark. Ja. Hast du dich angemalt? Ich hoffe nicht. Schade. Ah, ich bin dran. Du hast nicht schummeln. Ich schummere nicht. Kannst. Kann er nicht zu machen. Ja, ich spür's. Jetzt ist sie lange so nach. Ja. Was machst du da? Was machst du da? Ich stehe hier baggern. Der hat so in der Mitte vom Teller. Mehr in die Mitte. Mitte. Der ist nicht oben. Ja. Da. Butter? Ja. Das war viel zu... Ja! Das war viel zu... Ja! Du Schwein! Ja, hast du davon. Jetzt hab ich Angst. Da kam es mal raus. Eretenskopf. Und ich hab dir das. Es war ein Mache. Ich hab zwei Mal. Was? Ja. Ich hab zwei Mal gemacht. Ja, ich hab zwei Mal gemacht. Was ist das? Das war's. Ich hab zwei Mal, oder? Ja? Oh, mein Knie tut voll weh. Du kannst. Komm. Eins, zwei, drei, vier. Was machst du denn? Ich bin nervös. Eigentlich kann ich auch hier schon aufgehen, weil ich sowieso eine Strafe bekomme. Nee, du musst es noch erraten. Gibt es dazu, dass ich es gerade fühle? Ja, das, was du fühlst. Ist es schon was? Nein. Was hast du da? Jess, passt auf. Nein. Noch zwei Versuche. Jess! Was ist da drin? Du machst das alles dreckig. Äh, ist nicht meine Kiste zum Glück. Ja? Ja. Ja. Jetzt kommen wir zur Bestrafung. Und Jess, ich hab mir was ausgedacht. Etwas, was du nicht gerne machen möchtest aber musst. Etwas, was du nicht gerne machen möchtest aber musst. Etwas, was du nicht gerne machen möchtest aber musst. Etwas, was du nicht gerne machen möchtest aber musst. Ich hab nur einen C-Löffel geholt. Keinen Essenlöffel. Du darfst? Einen Löffel, wo es Ei ist, ne? Ja. 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 Boah, ich würd nicht gerne Eiweiß essen. So Leute. Das war's mit dem Video, was natürlich ist. Hat euch gefallen. Ja. Schaltet euch beim nächsten Mal wieder ein und aktiviert die Glocke. Dann würd ich sagen. Tschüss. Bye. Ohne Momento. Abonnieren den besten Channel auf YouTube. Dann den Daumen nach oben schlagen, bis der blau ist. Und ein nettes Kommentar da lassen. Bitte, die freut sich dann. Arne ne.